jo meine leute willkommen zu diesem neuen video am 32 spieltag der bundesliga prediction saison 2021 2022 los geht's heute um 20.30 live auf der zone und in der sportschau im radio erste fc union berlin spielt gegen spielvereinigung kräuter für 3 zu 1 für die göpennecker dann morgen um 15.30 live auf sky und in der sportschau im radio arminia bielefeld verlässt gegen hertha bsc berlin 2 zu 4 fc augsburg gegen 1. fc köln 2 zu 3 für die kölner dann fsv mainz 05 verlässt gegen den fc bayern münchen 0 zu 3 dann vfb stuttgart gewinnt gegen vfl volksburg 3 zu 1 borussia dortmund verlässt gegen vfl wochum 1 zu 2 dann das typico top spiel der woche live auf sky und in der sportschau im radio um 18.30 tsk 18.99 hoffenheim spielt gegen sc freiburg 3 zu 3 und am 2.05 um 20.30 borussia münchen gladbach gegen erbe leipzig 1 zu 3 für leipzig dann und bayern 04 leverkusen verlässt gegen eintracht frankfurt 3 zu 5 so das war's vom 32 spieltag der bundesliga prediction saison 20 21 20 22 22 so wenn euch das wieder gefallen hat lasst ein däumchen nach oben da vergiss kein abo daneben ist die glocke die nicht vergessen sagt die wen dann verpasst ihr keine benachrichtigung und bis deiner gut kick ciao auf 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 auf